Willkommen hier zurück bei der Hexit-Aufnahme mit einem Villager und mit mir. Und der Exterior! Da ist sie! Vergisst sie mich mal eben. Vergisst er mich mal eben, meine ich. Nein, never. Ja, schon klar. Ich gehe schlafen. Unsere Beziehung steht auf Messerschneider, das weißt du. Ich kann nicht schlafen gehen, es steht hier, es sind Monster in der Nähe. Oh, willst du mich als Monster bezeichnen, oder was? Pass auf, jetzt, ja, guck mal, siehst du, weil du zu spät ins Bett gekommen bist. Ich komme mal, ich gehe draußen mal kurz mein Schwert testen. Du bist schuld. Spring über das Dach. Alter, ein Schlag, tot, echt jetzt? Okay, kannst du schlafen gehen? Ich probiere es, Moment. Ja. Aber nicht mal zugedeckt, kann ja wohl nicht wahr sein. Oh, das war sehr ausgeprägt, sehr ausgeprägt. Du schnackst mir in die Wand, sehr schön. Nein, das war es du. Wir haben was vor der Tür, wir haben Besuch. Ja, unsere Tür habe ich auch umgelassen. Und irgendein anderer Besuch. Komm mal her, komm mal her, hier. Was denn? Das ist doch die Tür hier mit der Wand, die es nichts führt. Also der Versuch gerade da einzubrechen. Nice one, oder? Geil. So, dann würde ich vorschlagen, ich gehe gerade mal runter nochmal, ähm, den Scheiß zusammensuchen. Ich brauche auch Sie die an. Ja, dann würde ich sagen, dann komme ich mit, weil ich will auch was Spannendes erleben jetzt. Ähm, was Spannendes. Moment mal eben. Dad, Dad, Dad. Hättest du auch nur Bad, Dad, Dad verstanden, aber ist egal. Du musst doch mal eben die Tür so machen. Mein Mann ist doch ein bisschen lauter am Klimpern. So. Ja. Das nehme ich mit. Wenn der rauskommt, steht so ein kleiner Cobblestone-Steinhaufen da. Ja. Du wirst da kennen. Da bin ich dann. Okay. Code-Wort. Code-Wort. Passkontrolle. Na klar, kommst du nicht rein. Was wollte ich jetzt mitnehmen? Weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Tada. Äh, das wollte ich jetzt. Die Fackeln wollte ich mitnehmen. Glas brauche ich nicht. Das nehme ich mit. Das, das, das. Gold lasse ich hier, genau wie die Tür. Meine Staffs, soll ich die mitnehmen? Nee, ne? Brauche ich eigentlich nicht. Die lasse ich mal hier. Ja. So. Was zum Teufel ist das denn jetzt hier? Ist das schon Obsidian? Nee, das ist Meteoriten. Warum ist denn hier unten so weit unter der Erde Meteoriten-Gestein? Meteoriten-Gestein? Echt jetzt? Ja. Okay. Meteor-Ord-Chips, die ich hier abbauen kann. Wahnsinn. So, wo finde ich dich? Na, da ist so ein Steinhaufen. Was ist das? Was ist das denn jetzt hier? Steinhaufen? Richtung, äh, Kaputt. Basalt. Da, wo ich den Baum zerstört habe? In welcher Richtung war das? Ja, naja, genau so. Da, wo dieser, der Fäller ist. Siehst du eigentlich, so einen blöden Steinhaufen habe ich da gebaut. Müsste man eigentlich ganz gut sehen können, so. Nicht weit von unserem Haus entfernt. Wenn du so rauskommst, links. Mit Holz auch? Nee. Ach so, ich bin gerade ausgelaufen. Ja, wenn das dann links war, dann... Das finde ich jetzt gerade irgendwie ganz extrem. Ach, los. Ja, da sehe ich schon, wo du dich runtergegraben hast. Ich gar nicht. Wir müssen uns mal irgendwie in verschiedene Richtungen graben oder so. Wir hoffen, dass wir einfach mal auf Lava stoßen. Ich meine, Diamanten und so ist ja schön und gut. Das ist jetzt aber auch nicht das, was ich eine ganze Folge lang machen will. Ich will eigentlich nur... Ja, vor allem sollten wir aber wieder mal ein bisschen Action verbreiten hier. Ich weiß nicht, in welcher Richtung bist du denn gegangen hier. Ach, da bist du. Guck mal, da ist der Pilipirat. Hallo. Oh, ich habe mich so erschrocken gerade. Boah. Echt? Ich dachte eben, was hinter mir ist irgendwas. Ja, ich bin so zusammengezuckt. Haha. Geiße. Nee, 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 nee. Ich habe genug in den LPDs erlebt, dass ich... Hier ist was... Das warst du jetzt, ne? Ja, genau. Dein Mutterstuff da. Ich finde hier keine Lava, das geht doch gar nicht. Ist das denn so... Ich meine, klar, die Erze und Co. sind jetzt anders angeordnet teilweise, ne? Ja. Findet man auch woanders, aber... Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass man hier keine Lava sehen oder sowas findet. Weil normalerweise im normalen Minecraft, äh... Ist man hier eigentlich schon... Lava gefunden ohne Ende irgendwie. Da habe ich Lava. Uh, ja. Ich habe Lava. Okay, dann komme ich zu dir. Habe ich jetzt unsinnig hochgegraben, aber... Hier ist auch Wasser. Ja, oh. Ach, achso. Ach, willst du optizieren? Ja, ja, genau. Ich wollte eigentlich, aber irgendwie, ähm... machte der mir jetzt immer nur Cople Stone draus. Wie war das denn nochmal mit, ähm... Der macht der Cople Stone draus? Ja, 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 ja. Leider schon. Oh, ja, das ist kacke. Frage ist nur, warum war das so gewesen? Ähm, musste ich vielleicht die Quelle, ne? Nicht, dass es nur rauswirft, sondern ich musste die Quelle eben halt treffen. Deswegen versuche ich mal über den, über den Lavasee gerade zu kommen. Das sind hier dann auch andere Regeln, ne? Ne, ich glaube, es ist auch normal so. Ich glaube, das, was ich jetzt gemacht habe, ist einfach nur die Enden von Cople Stone. Äh, Quatsch, von, 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 von Lava irgendwie halt, ähm, überwässern. Aber hier kann man so eine Art Cople Stone Maschine auch teilweise machen, eine Cople Stone Farm. Wenn du zurückgehst, ne, nicht wundern. Ich habe hier alles mal leer, äh, kaputt gemacht. Okay. So, ich bin jetzt hier gerade mal drüber. Ja. Und gucke jetzt mal, was ich hier machen kann. Äh, weil hier oben ist... Oh ja, hier ist jede Menge. Hm. So, ich hoffe, das klappt jetzt mal. Jo, das sollte jetzt geklappt haben. Okay. Ähm, dann mache ich das hier gerade noch ein bisschen größer. Räuche ich das nochmal ab und dann haben wir wenigstens hier schon mal gleich eine etwas größere Farm an, ähm, Obsidian. Was geht's, du mit Spie... ähm, mit... Ups, sag mal. Hm. Diamantspitzhacke, ne? Ja. Hm. Ja, habe ich gerade nicht. Oh, würde ich nicht schupsen hier irgendwie? Hm. Ach, hast du nicht? Okay. Habe ich gerade nicht missgenommen. Ah, ich kann sie nicht einsam, das ist mein Problem. Ich muss gucken, dass ich da drunter, äh, Stone... Warte. Pflanze. So, ich habe da drunter jetzt schon einen, warte mal. Ja. Mache ich das immer so. Aber ich würde, ja, die Frage ist, wäre wahrscheinlich sinnvoll, sich überhaupt mal ein Portal zu machen, weil wir sonst nicht da wollen. Richtig. Ja, ich müsste jetzt nämlich hier auch für das Obsidian, äh, pro Schild, ja, was war das gewesen? Ja, große Menge gewesen. Muss ich, ähm, pro Schild, warte, eh gerade. Ich glaube, ich brauchte acht, ja, acht Obsidian. Du kannst ja mal Schild eingeben, äh, Shield, S-H-I-E, noch was, wirst du dann finden. Hä? Hä? Wie jetzt eingeben? Und, äh, na, hier in der, bei der E drückst du hier unten in die Suche, in die Items suche, du hast du hier auch. Es ist not enough items oder too many items drin. Achso. Ähm, was wolltest du? Hier kann man jetzt Shield eingeben. S-H-I-E. Ja, bei mir ist das alles deutsch. Achso, dann gibt das Schild ein. Hm. So. Und da gibt es auch dieses, dieses Ender-Schild. Ach, der braucht nur fünf. Fünf Obsidian bräuchten wir für ein Schild. Wenn ich das Schild eingebe, dann sucht er mir einen richtigen Schild raus. Okay, dann gib mal Ender ein. Dann müsstest du auch schon irgendwas finden können. Jetzt drei Stück ist natürlich jetzt ein bisschen... Ja. Ender Melayon, Ender Schwert, aber kein Schild. Okay. Oder? Eigentlich müsste er dir auch ein Schild da geben, aber... Das klappt, hat er mir das gegeben? Nö. Oh, nein, nicht gegeben. Ich meinte jetzt hier Anzeigen. Teleport, ne? So, jetzt dürfte ich es abbauen können. Ähm, Teleport? Wie, stand bei mir nicht? Bei mir steht nur Ender Shield. Ja, dann habe ich ein spezielles hier. Was ist denn? Also ja, man kann sich mit dem auch, ähm, teleportieren. Das stimmt schon. Ich habe hier einmal so ein, so ein schwarz-grünes. Jetzt von meinem Texture-Pack her. Ja, das ist jetzt schon das Problem. Ja. Ja, shit. Gut, dann, äh, gucken wir nochmal gerade hier. Einlaufen. Äh, ich denke ja, ich müsste gleich eigentlich schon ein paar haben. Ein paar, 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 paar Obsidian. Auf jeden Fall haben wir das schon mal gefunden. Also man scheint, dass man nicht ganz so leicht an Obsidian hier rankommt. Naja, aber wir haben jetzt eine Menge gefunden. Also da kann man jetzt nicht meckern. Ja, ne, das ist richtig. Also wir haben sie zumindest ja selbst gecraftet hier. Aber wenn ich jetzt überlege, dass wir ins Portal wollen, da brauchen wir ja auch schon... Je eine Menge, ne? Sind ja zehn Stück, die wir brauchen, glaube ich. Zwei oben, zwei unten. Jeweils drei links und rechts. Kann man ja so verkürzt auch machen. Pass mal auf hier. Verbrennen, Alter, hab ich keinen Bock. So, okay. Ja, ja, ne, ne. Wie viele hast denn du jetzt? Oh Gott. Ich sag doch, pass auf. Ja, ne, passiert ja nicht viel. Äh, ich irgendwann aufhören würde zu brennen. Ich hab auch einen Wassereimer einzig dabei, aber egal. Ähm. Ja, meinen Halsdiff hab ich jetzt nicht dabei. Ne, ach. Den hab ich ja verloren. Den sind so wild. Ja, ist jetzt gerade irgendwie sind wir so ein bisschen, äh, ja, ist ein bisschen langweiliger gerade hier. Aber ist egal. So, ich hab jetzt acht Stück. Da können wir auf jeden Fall gleich nochmal überlegen, dass wir zurückgehen. Die Frage ist, ob wir, ob wir dann ins, äh, in die Hölle gehen wollen beim nächsten Mal. Ah, in die Hölle. Ja, oder ob wir uns erstmal ein Schild machen, weil das wäre natürlich für da unten auch vielleicht gar nicht so schlecht. Ja. Ähm, da bin ich mir jetzt noch, ehrlich gesagt, sehr unsicher sogar. Jetzt, auf jeden Fall hab ich jetzt zehn Stück. Wir könnten uns auf jeden Fall jeweils ein Schild machen. Wir bräuchten aber noch, wie gesagt, zehn Stück. Für diese blöde, na, fürs Portal. Ich geh jetzt erstmal zurück. Gehst du zurück? Naja, ich geh erstmal zurück. Bin ich ja am Weg zurück. Ah. Das soll ja wohl kein Problem sein. Ne. Ne, jetzt ist auch gerade, glaube ich, ein bisschen langweilig bei dir an der Stelle. Ja. Dir nur zuzugucken, wie ich was abbaue, ist irgendwie alles ein bisschen... Richtig. Vielleicht kannst du ja schon irgendwas bauen oder sowas. Hast du da schon irgendwie noch was, was du machen kannst? Ja, das Problem ist halt, ich kenne mich halt nicht damit aus, äh, was ich brauche, um irgendwelche Rüstungen oder so zu craften. Ich hab mich da auch nicht wirklich auseinandergesetzt. Hä? Du kannst es ja letztendlich im Menü, kannst du es dir raussuchen. Wenn du dir irgendwas suchst oder sowas in der Richtung. Ob man damit machen kann, wenn wir irgendein Material haben. Ähm. Weiß nicht. Vielleicht findest du da irgendwas. Das sind ja meist normalerweise sind ja auch die, die Crafting-Rezepte, die man ja da sehen kann irgendwo. Ja, das Problem ist halt nur, ne? Na ja, ich versteh schon. So, gucken wir einfach mal. Bin ja auch gleich vielleicht da. Ich baue jetzt Tee grad das nochmal ab, was ich hier gemacht habe. Ja, vor allem ist es schon wieder dunkel. Es ist schon wieder Nacht. Wird Nacht oder ist schon Nacht? Ist schon Nacht. Meine Map sieht so hell aus, deswegen. Und deswegen dann zu gießen. Ja, super. Ja, die Sonne ist grad untergegangen. So, okay. Und Regen. Ja, gut, meinte im letzten. Gesundheit. Oh. Ach. Ich hoffe, es war jetzt nicht allzu laut. Ich hab's jetzt etwas fernab vom Mikro gemacht. Alles in Ordnung. Gut, 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 gut. Ach, hier unten war ja auch Lava rausgekommen schon. Ja, dann gehen wir jetzt mal ganz schnell weg. Die Boots, die werde ich hier auch wieder rausnehmen. Und dann können wir schon was machen. Dann haben wir die Schilder wenigstens. Dann bauen wir uns gleich die Schilder nochmal. Ja, dann sieht man wenigstens, wie man sich hier mal freundlich diese Schilder craften kann. What? Ne, ich hab grad einen Dorfbewohner gekillt. Ja, der war hier in unserer Wohnung. Der hat hier nichts drin zu suchen. Gebt ihr recht. Alles muss eine Ordnung haben. Richtig. Mann, 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 ist vielleicht ein Dorfbewohner hier. Wir sind so ein bisschen anhänglich, die Viecher. Alim, palim, palim. Ja, man kann nicht nur Action haben hier. Ne, das gehört auch mal dazu, dass man halt mal auch noch ein bisschen was langweiliges macht. Aber in der nächsten Folge wird's auf jeden Fall wieder spannen, ne? Ja, zum Beispiel, oh, voll der Einschlag. Ich hör's auch gerade. Irgendwie muss ich in der Nähe sein. Wo ist es? Oh, ich hab mich, glaub ich, ein bisschen erkältet. Es ist echt schlimm, ey. In unserer Zeit mit dem Wetter. Okay. Aber nicht hier irgendwo mal so ein Scheißbett. Hier drüben irgendwo, glaub ich. Ja. Ein drittes. Das muss ich da nicht auch hinlegen. Dann passt das symmetrisch, nämlich ein Büschchen. Ja, okay. Leder und Enderaugen. Ach so, guck mal, hier übrigens. Ja. Hier, der Enchantment Table. Den hast du, glaub ich, vorhin abgebaut. Irgendwie hab ich den aufgenommen. Ja, genau, den hast du dann irgendwie aufgenommen, ne? Hm. Ende, Auge, Ende, Auge, Ende, Auge. Du hast was umgebaut hier. Kisten stehen aber noch vorne, ne, wie sie waren. Ja, ja, die Kisten stehen noch vorne, wie sie waren. Ich hab nur vorhin irgendwie... Okay. Telefon! Ja. Telefon! Da hält der Mann schon die Klappe und dann fängt das Telefon an. Ja. Telefon! Telefon! Ja, ihr geht ein bisschen privates, kommt jetzt mit durch. Ich hoffe, es ist nicht allzu schlimm für euch. Hm, was heißt schlimm? Gibt einfach nur ein paar Dislikes nicht fertig. Ja. Nein, ist doch alles. Haben doch alle Verständnis für die Dislikes? Das ist überhaupt kein Problem. Dafür, dafür machen wir hier gerade mal Enderschilder. Guck mal her. Warte mal, hier kloppt einer irgendwo an der Tür. Und das muss ich gerade irgendwie verhindern. Nee. Da, einmal. Lass unsere Dorfbewohnern hoch. So, Leute, wir haben Enderschilder hier. Das ist ja der Wahnsinn. Enderschilder, ja, wirklich kommt. Enderschilder. Das ist immer noch einer. Mein Gott, zwei Stück, so drei Stück sogar. Eigentlich waren ich doch kein Linksfinger. Und einmal ein... Ach, wie heißen die Viecher noch? Die Elite. Okay, 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 okay. Bei mir ein bisschen Action gewesen. So, das hast du uns. Da bist du. Ah, du teleportierst dich also, ja? So, jetzt bist du down. Was hat der Medien jetzt da? So. Ja, ja, ja. Ich habe irgendwie so einen Samen oder sowas gekriegt, in der Art. Muss ich dir gleich mal zeigen. Ich weiß nichts nicht, genau. Also, wo ist denn das Haus jetzt? Warum geht denn das nicht? Ach, da bist du. Also, wir sind gerade zu teleportieren, aber irgendwie konnte ich es nicht. Schade. Guck mal hier, was ist das? Ich dachte, mit dem Schild kann man sich teleportieren, das geht also mit einem Schwert. Guck mal hier, guck mal hier, was ist das? Das sind Sunflower Seats. Die braucht man zu viel was? Äh, Sonnenblumen. Sind die wichtig? Nee, ne? Nee, sehen so aus. Das war's. Ach so, okay. Damit kannst du die Wohnung schöner machen. Hier, guck mal. Dein Schild. Hey. Kannst du hier unten ledigstens Inventar packen, da hast du schon mal was vernünftiges, oder? Yep. Genau so sieht es aus. Ja, dann würde ich vorschlagen, ähm, gehen wir in der nächsten Folge. Gehen wir erstmal pennen. Oh, Mann. Ja, in der nächsten Folge würde ich sagen, gehen wir in diesen einen Turm rein. Ja. Der da oben so auch ein bisschen Feuer drauf hatte noch. Mhm. Kann dir gerade mal zeigen, vielleicht, wenn du noch mal kurz Bock hast. Ja, klar. Hallo? Mhm. Kommst du auch? Mhm. Frau, musst du dich mal ein bisschen strecken und dehnen, ja? Bevor sie loszieht. Halim. Wo bist du? Hast du deine Schuhe an? Kannst du jetzt springen? Ja, zieh ich jetzt an. Yeah, wie geil ist das denn, Mann? Ja. Wo bist denn du? Ich wang. Mach jetzt Spaß. Na, immer noch in die Richtung, wo du langlaufen bist. Oh, nicht in den Hund eingreifen. Ach da. Alter, was ist das denn für ein Schwert? Was ist das für ein Schwert? Geil, oder? Geil, oder? Alter, ich weiß gar nicht, wie viel maximalen Schaden das hier macht. Das zeigt mir mal, was in die 20 oder 18 oder so an das war's. Guck mal, hier ist ein 20er Creeper. Ah, 14 ungefähr, okay. Meiner macht nur 9. Warum macht doch meiner nur 9? Ich glaube, meins wird zaubert jetzt nochmal. Hat nochmal Schadness und so und so. Ach so. Mal hier mit. Ich glaube, da drüben war das, was ich gesehen hatte. Wo bin ich denn jetzt? Ich glaube, da auch. Ach, ich bin runtergefallen. Wunder mich gerade. Oh, ich wollte das sagen. Jetzt habe ich die Sicht verloren. Ach da. Ja. Ähm, hier ist immer gut. Guck mal, die sind dann schon da. Irgendwie, glaube ich, ein bisschen breiter. Auf jeden Fall brennt der oben drauf. Echt? Ja, ja. Wenn du hier oben aufs Dingste gehst, auf den Baum. Auf den Baum. Warum? Ja, ich muss das, glaube ich, noch so ein bisschen. So. Musst du gleich ein bisschen üben, ja? Ja. Und wenn du hochspringst, siehst du so auf dem Dach so leichte Flammen. Nicht wirklich. Ja, das ist auf jeden Fall ein anderer Dungeon hier drin. Ja, da sind noch diese komischen Viecher drin, diese Feuerviecher. Die lohnen. Ja. Ja, das kann gut sein. Oh Gott. Gleich eine Rara, Alter. Gleich eine Rara, echt jetzt? Ich mache das doch fertig. Hier, du kannst mich mal kreuzweiten. Brenn und stirb. Wow. Das war es schon? Oh, der hat einen geilen Bogen fallen lassen, oder? Crystal Bow, Alter. Der hat mir einen Crystal Bow fallen lassen. Hammer. Ach, komm, jetzt echt. Du Spinne, kommst zu mir, guckst mich blöd an und willst sterben, oder wie? Ein Crystal Bow ist krass. Cool. Ja, ich würde sagen, das machen wir aber auch in der nächsten Folge. In der nächsten Folge, ne? Jo, genau. Auf jeden Fall haben wir jetzt einen richtig schönen Bogen hier, den kann ich noch verzaubern. Den, den ich verloren hatte einmal, weißt du, in dem... Ja, nice. Nice. Nice, Dungeon. Juti, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Jawohl. Und dann geht's dir richtig Action. Genau. Also. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.